Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video vom Kanal, Freunde. Ja, ich bin frisch aus Köln. Wenn ihr das Video seht, wird wahrscheinlich schon der Blog online sein. Ja, ich bin frisch aus Köln. Freunde, es war ein sehr, sehr cooler Trip. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es sehr gerne aus. Es ist ein sehr cooles Video geworden. Ich bin back aus Köln. Der Hustle geht weiter, ihr wisst Bescheid. Und zwar haben wir heute zwei Pakete da. Wir packen heute eins aus von einer Brand, die wahrscheinlich 90% von euch nicht kennen werden, die ich auch selber... vor kurzem auf jeden Fall erst entdeckt habe. Und das werden wir heute auspacken, Freunde. Vorab, Freunde, bevor das Video beginnt, würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalassen würdet. Würde mich sehr, sehr supporten. Und ihr verpasst gerne Videos mehr, Freunde. Win-Win-Situation, würde ich sagen. Und ja, checkt gerne meine anderen Socials ab. Instagram, TikTok bin ich auch sehr aktiv in letzter Zeit. Aber nicht so Köln-Scheiße, sondern einfach coolen Fashion-Content. Auch mal ein lustiges Video zum Lacher. Und genau, Freunde, wir packen das Paket aus. Und ihr kriegt B-Roll-Shorts, Size-Guides, alles drum und dran. Ich würde sagen, let's go. Also, Freunde, hier ist das Paket. Kein Branding von einer Marke, die sich Sign-Locked heißt. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Und zwar haben die in letzter Zeit auch viele Nits rausgebracht. Der eine Nits ist auch ziemlich viral gegangen. Und ja, zum Karton, Freunde, kein Branding. Man hat hier... Adresse nicht gelegt. Man hat hier einen Pull-Tab, das man einfach aufmachen kann. Ich bin etwas eingerostet im Anboxen, aber ich denke, wir bekommen das noch hin. Erster Blick gehört natürlich euch. Und da sehen wir auch schon bestimmt die Pieces, Freunde. Yes, Sir. Okay, sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Wir haben hier einmal den Knit oder den Mohair, sag ich mal, den Knit in Mohair Optik, würde ich sagen. In der XS müsste das sein. Dann haben wir hier den meiner Meinung nach cooleren Knit, beziehungsweise die coolere Farbe in einer S. Kommen wir mal zum Packaging. Ja, wir haben hier zwei Mohairs. Ja, die Packung ist auf jeden Fall Basic Clear mit diesem Logo drauf von Sign-Locked. Ist auf jeden Fall so ein S mit einem Ausrufezeichen. Den finde ich sehr, sehr cool. Und ja, ich würde sagen, wir packen den direkt aus, Freunde. Ich finde sehr, ich fand, wie der fitten wird. Und kann ich mir auch für ein paar gut vorstellen, dass ich den mal öfters rocken werde. Und, oh, okay, wir packen den mal aus. So, Plastik kommt zur Seite, Freunde. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, der ist wirklich etwas kratziger. Der ist dumm weich. Also Real Talk ist sehr, sehr weich. Schau mal, guter Eindruck bis hierhin. Fuzzeln tut der, soweit ich sehe, auch nicht wirklich. Also, bis jetzt alles top, muss ich sagen. Okay, Freunde, gucken wir uns mal den Knit etwas genauer an. Und zwar haben wir hier einen olivgrünen Knit mit halt eben, ich weiß selber nicht, was da steht. Was steht denn da? Keine Ahnung, Freunde, was da steht. Sign-Locked macht Sinn, aber kann ich nicht wirklich erkennen. Und halt ein großes M auf jeden Fall. Guckt ihn euch mal selber an. So sieht der nett aus. Aber er ist schon echt sehr groß, muss ich sagen. Sonst ist da nicht wirklich viel Besonderes dran. Wir haben hier kein Hang-Tag oder sonstiges. Wir haben hier einfach ein ganz normales Neck-Label, wo dann drauf steht, Sign-Locked Everywhere. Your size is S. Finde ich vielleicht die Farbe nicht so nice, muss ich sagen. Freunde, die Qualität ist echt stramm, muss ich sagen. Also echt, echt in Ordnung. Sieht man vielleicht, wo der hergestellt wurde. Nope, wird einem hier nicht verraten. Ich muss sagen, von der Qualität bin ich sehr beeindruckt. Wir packen den mal schnell weg und kommen zu dem anderen. Ich muss sagen, der sah schon echt etwas groß aus. Deswegen, vielleicht fallen die aber auch einfach so oberseit aus. I don't know. Der hier ist eben mit dem gleichen Design, bloß halt in Beige. Wobei ich eigentlich auch sagen muss, dass der schon sehr cool ist. Ja, brauche ich jetzt euch nicht nochmal zeigen, die Details, Freunde. Ich würde sagen, ich probiere die mal an, die beiden. Ihr kriegt B-Roll-Shots. Und genau, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, welcher mir davon besser finden wird. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen ihr besser findet. Ich muss sagen, bis jetzt, sehr, sehr cool. Schreibt gerne in die Kommentare. So Freunde ich denke ihr habt gesehen wie die Hoodies fitten. Wahrscheinlich Hoodies. Schade, echt schade. Also XS war die kleinste Größe. Eine S ist nicht mein Style wenn man den so rockt. Auf jeden Fall viel zu groß. XS ist knapp an der Grenze. Ich denke ich werde den behalten auch wenn ich den Colorway, diesen hier geiler finde. Weil ich denke ich den trotzdem behalten. Den werde ich dann wahrscheinlich einfach zurückschicken. Ja schade, wenn sein Lockt oder halt der wo die Brand führt das sieht. Seicht Tabelle auf jeden Fall anpassen. Ich würde sagen das hier ist also der ist eine M sage ich. Der Vision ist eine M und das hier ist eine L. Also das ist für mich keine S hier. Aber vielleicht wollte er den 4.0 auch haben. Nichtsdestotrotz muss ich sagen ist das Artwork sehr cool. Ich weiß zwar nicht was draufsteht um nicht zu sein. Genauso wie die Qualität. Also ich habe nichts zu bemängeln. Versand war in Ordnung. Packaging ist völlig in Ordnung. Also ich habe nichts zu bemängeln. Bis auf das Sizing Freunde. Und falls jemand von euch den Hoodie, jetzt sage ich zum zweiten Mal Hoodie. Falls jemand von euch den Sweater kaufen will, schreibt mir gerne auf Instagram wenn es nicht zu spät ist. Ansonsten muss ich den halt zurückschicken. Ich hoffe euch hat das Video gefallen Freunde. Und ja lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt Abo. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ja Dienstag und Samstag neue Videos hier auf dem Kanal. Bleibt gesund Freunde. Wir sehen uns. Haut rein. Peace.